Hallo! Offen und feucht! Kleiner Tipp! Folgt alle! leo-brhs auf Instagram und Leo Oberhaus aus YouTube. Bester Filmer! 180 Fakie abgab! So Jüngchen! Ich hab mir mal die Kamera geschnappt. Leon macht jetzt ein 270 Fakie irgendwas. Ich glaub man versteht gar nichts. Wenn ja, sorry. Er macht ein 270 Fakie irgendwas. Skate Park. Eigentlich komplett dumm. Und eingeblendet Kappa. Ja! Du musst dich freuen! Du musst hypen! Was sagen sie dazu Max? Die ganze Session hier gerade ist. So Digga. Jetzt holen wir das Stativ. Die gute alte Mülltonne aus der Müllinsel. Leo hat sich jetzt doch anders entschieden. Er will sich doch in den Mülltonne setzen um zu filmen und nicht oben drauf. Yo, Vlog live! Hallo, chill mal! Vlog! Max, zu mache! Ah! Meine nächste dumme Idee. Ohne Baspin! Ohne Baspin! Alter, ich gebe jetzt 20 Versuche! 20 Versuche, ihr habt's gehört. Da oben, T270 Tailtap gegen Skitterknallen wieder zurück rein. Yeah boy! Da oben, T270 Tailtap gegen Skitterknallen wieder zurück rein. Ja, das kommt doch mal auf! Body machen! Mann, hör auf! Hä? Mission failed! We'll get up next time! Ja, da! Bani hoppa! Ja, da! 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 Ja, da!